Unser Sohn hat für Nacht mal im Schlaf sehr geweint. Er sagte, er habe was Schlimmes geträumt. Man umsetzbar und plötzlich nicht mehr auf der Welt. Und ein furchtbarer Drache hätte ihn so gequält. Ich nahm ihn in die Arme und deckte ihn zu. Ich saß an seinem Bettchen, er fand langsam Ruhe. Durch das Fenster schien friedlich, der Mond zu ihm rein. Da fiel plötzlich die Fliefe den Kleinen mir ein. Seit dem Anbeginn von Tag und der Nacht, scheint da jemand zu sein, der uns auf Erden bewacht. Und solange der Mond und die Sterne sich springt, wird meine Liebe zu dir nie vergehen. Der Kleine schlief lächelnd ganz fest wieder ein. Ich schlief aus dem Zimmer, da schien jemand zu sein. Wo schon längere Zeit stammt, mein Mann vor der Tür. Er nahm mich in die Arme und sagt es zu mir. Seit dem Anbeginn von Tag und der Nacht, scheint da jemand zu sein, der uns auf Erden bewacht. Und solange der Mond und die Sterne sich springt, wird meine Liebe zu dir nie vergehen. Von Tag und dem Anbeginn von Tag und der Nacht, Zu Beginn von Tag und der Nacht scheint da jemand zu sein, der uns auf Erden bewacht. Und solange der Mond und die Sterne bestehen, wird meine Liebe zu dir nicht verdienen. Meine Liebe zu dir nicht verdienen. Untertitelung des ZDF, 2020